Hallo und Willkommen zum 38. Part von Let's Play... Let's Play Market of Deluxe Online. Machen heute regional. Los geht's. Also der 38. Part von Let's Play Market of Deluxe Online. 38. Part von Let's Play Market of Deluxe Online. Los geht's. Ich warte noch... Ach, es geht schon. Okay, es geht schon. Naja, eben wie ein Marsbüste 3 vom SNES. Genau. Und wir fahren auf. Und wir fahren auf. Marsbüste 4 vom SNES. Marsbüste 4 vom SNES. In 150 CCM. Genau. Wir haben jemanden dabei mit 12.000 Punkten. Okay. Sucht'i. Los geht's. Das Zство got an. Was ist das Nichts? Was ist das Spiel? Ohreaming was al das? Wie ist das? Bes slide grandes hoch tout. Und da wir kommen. Die bei fünf Jahren wieder passen. Die bei fünf Jahren der книge stellen. Versichrischen. Und wir machen die marriage. intuition. Nein! Ich weiß nicht, wie es eins denn soll. Ich habe noch ein anderes Problem. Nein, der kommt nie her. Ach komm! Nein! Ach komm, was soll denn der Blödsinn? Scheiß Bob-Omb, ehrlich, Mann. Das lange wird es peinlich. Ich kriege gar nichts mehr gebacken zum Spiel, ehrlich, Mann. Nichts mehr, einfach gar nichts mehr gebacken. Ich kann machen, was ich will. Ich werde immer verlieren. Das nehmen wir, was nehmen wir, dass ich mal kenne. Das checken würde ich gerne, ehrlich, bin. Du hast Nachsicht, bitte, ehrlich. Ich brauche auch das Nachsicht. Der Scheiß Bob-Omb am Ende. Ich brauche auch den Köln. vom Excitebike-Stadion 150 CGM Oh Mann, das wird echt die E's werden, weil ich dauernd verliere. Also das Tierstück ist eh sehr schwierig. Excitebike eben, genau. Excitebike war ein altes Spiel eben, auf den NES, glaube ich. Man musste eben so mit einem Fahrrad, glaube ich, fahren eben und eben so ein Parcours-Webbel eben mit ein paar Stecken, also hier. Ach komm, ich muss eigentlich jedes Mal alles versauen, ehrlich, Mann. Was will ich mit dem Mann, ehrlich, Mann? Das bringt mir jetzt gar nichts. Ach komm, warum muss eigentlich immer so ein Typ dabei sein, der irgendwas macht? Das fahre ich aus der Bahn, du Idiot. Ich bin so dumm, ich fahre einfach auf den Kasten vorbei. Das wird mir das gescheit. Yes, Stern. Irgendes gescheit. Komm, nein, nein, nein. Ach, komm mal auf, du blöde Spieler, dich, Mann. Na klar. Ach komm, das kann einfach nicht wahr sein. Das kann einfach nicht wahr sein. Das kann einfach nicht wahr sein. Ach komm, fick dich doch. Blöde Spieler, dich, Mann. Es ist einfach nur unfair. Es ist einfach nur unfair. Was nehmen wir jetzt? Ach, ich weiß auch nicht, wie weit ich bin. Nehmen wir die Staubpark, nehmen wir die Staubpark der Wüste von der wie. Es ist doch echt lieber Scheri, Mann. Ich verliere nur noch, ehrlich, Mann. Ich gewinne nicht mehr. Es ist echt schade. Es wäre im Part schon, die bin ich einfach nicht mehr. Und das alles nur, weil mich das Spiel dauernd verhascht. Weil ich keines macht, wenn ich dauernd getroffen werde. Offline ist es grün, schnieß du dauernd getroffen wirst, aber hier wirst du dauernd abgeschossen. Komm, es sind auch noch so viele Spieler da. Ach, Mann. Nur sieben Spieler eben gerade. Ach, Mann, komm. Und dann auch die Stärke, die so blöd ist eigentlich. Ach, komm, Mann. Komm, es ist ja nicht runter. Komm, es ist ja nicht runter. Was ist denn das für ein Scheiß, ich sehe jetzt diese Scheiß-Stadt hier zu? Ich sehe jetzt diese Scheiß-Stadt hier zu. Ach, komm, der Schweiß-Stadt in der Nahne dahinterlich, Mann. Das ist ganz echt. Der Schweiß-Stadt in der Nahne dahinterlich, Mann. Das System möchte ich mal sehen. Ach, komm. Als ob jetzt zwei Kugelwies kommen. Das ist doch jetzt so gut, ehrlich, Mann. Wir mussten die zwei Kugelwies kommen, ehrlich, Mann. Ach, das gibt es doch jetzt echt nicht, Mann. Was soll denn der Scheiß? Warum diese scheiß Kugelwies da waren, ehrlich, Mann? Die waren viel zu weit vorne, ehrlich, Mann. Das darf eigentlich eigentlich sein, dass da Kugelwies kommen, ehrlich, Mann. Was ist denn das heute, ehrlich, Mann? Was soll der Scheiß? Das Spiel ist nur noch scheiße. Das Spiel ist scheiße. Wie ist es denn schon mal? Komm, die beiden Kugelwies, komm, sieh nur noch ran, echt. Ich wusste, ob ich mein Bestes, aber ich kriegte nichts hin, eigentlich, Mann. Ich krieg einfach nichts hin, nur so ein, so ein Step, der der, der, der andere, den geliebt hat, das ist echt blöd. Ich hab den nicht gesehen, eben, weil das Ding so klein ist, eben, diese Eiswaffel, eben, da ist so klein, ist so klein im Problem. Jetzt kommt das auch noch. Jetzt kommt die Strecke, Pilzschlucht von der Biow. Sag ruhig, hat er auch noch was gebacken? Ich glaube nicht mehr, nein. Es ist vorbei, es ist vorbei heute. Ich werde nichts mehr schaffen. Ich kann machen, was ich will, aber am Ende werde ich immer verarscht. Im Spiel. Ach komm, ich hasse dieses Eis, aber mach nur noch. Scheiß, Feuerblumen, Mann. Nein, ach, das ist doch wirklich der größte Katschierlich, Mann. Ach, fick dich doch, du ebeniger Hund. Hau ab, du mit dem Sternerlich, Mann. Hau ab, ab, ab. Das ist keine gute Sache, mit dem Pirates Radieses. Nein, ach, das ist doch wirklich der größte Kampfer. der größte Kampfer, der größte Kampfer. Ich habe doch ein Item genommen, der größte Kampfer. Ach, jetzt reicht's. Fahr ins Ziel, du Honk. Yes. Das sind endlich mal Punkte, der größte Kampfer. Das sind endlich mal Punkte. Das ist nur ein Punkt. das ist doch wirklich nie maschee, der größte Kampfer. was solltest du denn machen, wenn diese scheiß, blöde, wenn diese scheiß Pilze so blöde, umbouncen, ehrlich, Mann. Das ist echt nicht mehr schön. Und dann nur ein Punkt, dann nur ein einziger Punkt. Den kannst du ja sonst wo hinstecken, ehrlich, Mann. Ja, ich weiß, ich sag mal, ich bleide geofft, aber es ist echt ganz am Ende. Man mag das einfach nur noch scheiße. Und ein Punkt, ein Punkt. Hallo, ich war eigentlich fast dritter eigentlich und dann wurde ich von irgendwas getroffen wieder mal. Aber ich bin eben runterge... Ja, ich weiß, dass ich mir noch gefallen habe, aber was willst du machen bei dieser Scheißstärke eigentlich auch? Ich bin jetzt nicht mehr so schön. Okay, Donut Ebene 3 vom SNES in 150 ccm. Das habe ich doch eh nicht mehr, die sind ja alle so gut eben, sicher das Problem. Das ist irgendwie neuer. Ich komme! Nein! 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 Gehen wir endlich mal was spielen! Gehen wir endlich mal! Yes! Fitter Platz! Oh man! Endlich mal Punkte! Fitter Platz! Endlich mal Punkte! Oh man! Ich habe jetzt so einen Humpuls gehabt, endlich mal! Ach, was ist denn das jetzt eigentlich für ein Wunschsystem? Drei Punkte, drei Punkte. Willst du mich eigentlich komplett verarschen? Dazu fuhle ich ja nie wieder auf, was ich davor hatte, wenn es so weitergeht. Jetzt nehmen wir jetzt Willen, den Gebirgspfad vom 3DS. Ja, wenigstens geht es wieder aufwärts. Dann mal los. Gebirgspfad vom 3DS. Ach, kaum ich hatte nichts zum Locken gehabt. Gebirgspfad noch, hätte ich mal. Nein. Ach, kaum. Boom. Gebirgspfad noch. Gebirgspfad noch. Ach, das kann aber nicht wahr sein. Nein. Yes. Winterplatz, yes. Boah, man. Ach, komm schon, das kann aber nicht. Was? Was? Alter. Was soll ich denn machen, ehrlich, Mann? Und wenn dieser scheiß Panzermilch trifft eben? Nein, danke. Kein Bruder. Das ist doch nicht marschierlich, Mann. Was konnte ich denn machen? Was konnte ich denn machen gegen diesen fernen Panzer nichts? Was? 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 Ist doch nicht möglich. Was? Sobert Land, vom Gamecube glaube ich eben. Oder genau Gamecube, in 150ccm. Das Spiel ist Müll. Die Wirklichkeit, online ist das Spiel wild. Du kannst einfach gar nichts machen im Grunde genommen. Ja, was du machst, am Ende bist du immer getroffen. Der Rest wird dann auch wie die Einbristen mitzunehmen, ehrlich, Mann. Ach komm, ich hasse dieses Spiel einfach nur noch. Das ist echt geil, okay. Ach komm, was soll denn der Scheiß? Habe ich einmal Glück und eben, dann bist du der vernichtet. Ach, fick dich doch, du ähnlicher Hohensohn. Musik Komm, fahre ins Ziel, der Hohensohn. Yes. Okay. Vergiss, wir haben auch mehr Punkte, aber egal, ich sage, ich werde der Platz. 6 Punkte, wen sind 6 Punkte. Und das war es schon mit dem 38. Parallels macht Let's Play Market 8. Online. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, mit vielen Fails heute leider auch. Tschüss. Droga. Ja. Blat's.